Hallo liebe Leser und willkommen in Eugene, Oregon. Heute sind wir zu Besuch bei Sierra Dynamics, wo wir Ihnen die ersten Eindrücke von Red Baron 2 zeigen werden. Wir haben einen guten Tag erwischt. Normalerweise ist das Wetter in Oregon, ja da schickt man keinen Hund vor die Türe. Okay, bevor sich noch mehr Hunde beschweren kommen, möchte ich mein bisheriges Statement repudieren. Was ich damit sagen wollte ist, normalerweise schüttet es hier wie aus Eimern. Ich bin Chris Kohl, und ich bin der Designer-Direktor von 100 Hunden, und das ist die Spiel hier. So, ich sehe, Sie spielen den Beast, das Charakter hier, das ist ein 8-ft-tall, 2-horned Monster, oder Jake, die Human. Wir haben zwei Spieler, einen Spieler auf dem Topf und einen Spieler auf dem Topf. Wir versuchen uns zu töten zu töten zu töten zu töten zu töten. Wir setzen uns die Nummer an, sagen, drei Minuten, vier Minuten, oder drei Kills, wenn wir uns töten zu töten. Wir haben 100 Levels, 65 davon sind Singleplayer und 35 davon sind 2-player-Levels. Hunter Hunted soll in der ersten Dezemberwoche 96 erscheinen. Ich bin Randy Thompson, ich bin der Direktor von Cyber Gladiators. Mit Cyber Gladiators versucht Sierra den Vorstoß in das Genre der 3D-Prügelspiele. Im Gegensatz zur Konkurrenz sind die Kampftechniken nicht vorprogrammiert, sondern werden vom Spieler selbst kreiert. Im Gegensatz zu Tieren Probably our most unique feature is the ability for the computer opponents to actually teach themselves to fight, oder sie teachen sich, wie sie zu spätigen Sie, zu spätigen Sie. Every time Sie spielen ein Spiel gegen sie, Sie evaluieren Ihre Bewegung und versuchen, und Sie sehen, welche der Bewegungsmöglichkeiten ist, was Sie am besten und am besten, gegen Ihre Kampf-Style. Das hier ist auf eine Unaccelerated System in 16-Bit-Grafx-Mode. Weil es ist 16-Bit-Grafx-Mode ist, das ist wie wir diese Schmutz-Lightning-Effekt haben. Wir unterstützen 3D-Fx-Grafx-Bit-Grafx-Accelerator, mit denen wir 60 Frames per seconden sind, das ist wirklich toll. Das ist die Main Menu, die Main Opening Screen, für Red Baron 2. Red Baron 2 ist die Sequel zu der, ähm, ganz popular und ziemlich famous Red Baron Flight Simulator das wir gemacht haben haben, über 5 Jahre lang. Der Ziel von dem Beginn, von diesem Produkt, war das alles das Red Baron 1 war, und es war gut, und es war gut, oder besser. Die Maschinen, die Maschinen, die Maschinen, die Maschinen, die Maschinen, sind, be able to display more complex graphics and things like this well now we have that capability machines are much more sophisticated much more capable and this product takes full advantage of those capabilities the number of views that you have available to you is unlimited in a way you have views on each side of the aircraft you have lockdown views in front of you you can look behind yourself you look down at your lap where you have a map board that will be there you can even look up slightly so that you have an increased visibility and actually have it snap to an enemy so that you can attempt to track on a specific foe my head is tracking that target so i fly the plane in an attempt to line them up in front of you see how it works my head stays constantly looking at that particular plane what you see here is this village with roads with fields with buildings all of these buildings can be interacted with you can shoot them blow them up the sun the clouds represent your method for ambushing an opponent who might be superior in number or just downright better what you're seeing here is the fact that i'm flying into the sun it gets very very bright very difficult to see there also will be cloud objects that you'll be able to fly into and through and use for cover to escape or for ambushes the artificial intelligence in the game is going to take full advantage of this you will often see diving ambushes out of the sun you'll be able to fly one of 22 different aircraft there are actually over 40 aircraft in the game you'll be able to go in take a mission modify missions and construct ones of your own so that you can create not only where the mission takes place you'll be able to designate the aircraft that are involved how many of them there are where your position in the in the flight is so you'll have full control over all of that within the mission editor so it's truly a full feature editor something that you may notice as i move around is notice how the screen turns red or black that is of course red out and black out which are effects of g-forces on the pilot look they're shooting at us all right who's that yep that was the one i was after oh and i snapped my wings off you can jump out now you may wonder why would somebody jump out of the aircraft flat crash the answer is because it's cool we're very very excited about red baron 2 we think it will be the best military flight simulation in many many years and that's why we've taken as long as we have to uh to get this product done when it releases in uh summer of next year i think people will be very very happy very pleased hello my name is mark petchnick and i'm about to show you sierra pro pilot three package is we get rid of the engine controls here keep the navigational controls with a little bit more of what are you doing in the world pro pilot ein direkter konkurrent zum microsoft flugsimulator verfügt über ein interessantes tutorial dass den spieler während des flugs alles nötige in video sequenzen erklärt so phantasmagoria 2 a puzzle of flesh bedient sich der gleichen formel wie sein vorgänger mord und totschlag in full motion video mit gelegentlicher rätselunterbrechung auf 600 cds soll auch im diesjährigen weihnachtsgeschäft für furore sorgen so 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 Und I'll always be sure. Und I'll always be sure.